Hallo und herzlich willkommen meine Sonnenreiter! Jetzt seht ihr das Update vom 13.6. Viel Spaß dabei! Die Rennrangliste hat sich geändert, beziehungsweise ein bisschen die Benutzerüberfläche und ihr könnt jetzt über den Tafeln eine Medaille sehen, die wird grau sein, aber sobald ihr ein Rennen gemacht habt, wird sie sich in Gold, Silber oder Bronze verändern. Über die Rückspulschaltfläche könnt ihr das Rennen immer wieder neu starten. Das gilt aber nicht für Championate und die ganzen anderen Rennen, die es so gibt, nur für die täglichen Rennen. Und der SSO hat alle Highscores zurückgesetzt, also ran an die Rennen! SSO hat die Art verändert, wie Dateien runtergeladen werden für euer Spiel. Es sollte beim ersten Mal etwas länger dauern, aber danach, bei den nächsten Updates, sollte es deutlich schneller gehen, laut SSO. Im Spiel haben sich auch ein paar Texturen geändert. Schaut einfach mal ein bisschen und guckt, was ihr so Neues entdeckt. Der Pferdemarkt ist wieder in Silverglade aufgebaut, also viel Spaß beim Shoppen und beim Aufgaben machen. So, das war es wieder mit dem Update. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare irgendwelche Verbesserungsvorschläge, wenn ihr sie habt. Jo, dann würde ich mal sagen, bis zu einem nächsten Video. Tschüss! Musik 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 Musik